Egger. Produktion Freirad 105,9. Mitwirkende Anna Pfeiffer, Christian Yeti Beyrer, Desiree Juente, Geli Kugler, Gottfried Gabriel, Hans Oberlechner, Hermann Schwerzler, Hermann Stolze, Leon Striegel, Markus Fankhauser, Markus Schennach, Michi Haupt, Miriam Tiefenbrunner, Nico Rufinger, Nina Mangold, Özgür Erdogan, Ralf Heldner, Sepp Brugger, Stefan Kritsch, Silvia Striegel, Theo Wilhelm, Thomas Lindner und Uwe Steger. Dank an Benedikt Sauer, die Bergissel Stiftung, Bert Walser, Elias Striegel, Holger Budin, Irene Dobler, Kira Mangold, Mira Kugler, Paula Mangold, Silke Schäfer, dem Tiroler Landesmuseum und der Universität Innsbruck. Gefördert von unseren Steuergeldern durch das Land Tirol und die Stadt Innsbruck.